Und hi Leute, hierzu ein Video von Hannah Banana, die schon viele Abonnenten hat und den Rest zeige ich euch. Hey Leute, ich war das erste Mal in diesem Hannover Lysteria Hotel mit meinem Freund Philipp und Hannah. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal rein. Ähm, ja. Als erstes wusste ich mich hier. Und gönnt sich erstmal richtig viel. Ja, wir haben tatsächlich, Philipp und ich, uns eine Pizza geteilt, eine Margarita und Hannah hat eine Salami genommen. Und ja, da haben wir noch ein paar Bilder geschossen und ich glaube, ich lasse euch nochmal ein bisschen allein. Und ja, da haben wir noch ein paar Tage, die wir hier haben, die wir hier haben. Und ja, da haben wir noch ein paar Tage. Wow! 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 Vielen Dank.